hallo ich sage guten morgen heute am 19 10 2017 es ist genau 9 uhr und wir haben 26 grad wir haben keinen wind keine wellen wir haben auch ganz wenig wolken so Ja, und wenn Sie auch mal hier leben möchten, Mieten kaufen www.check7x24.com Mit diesen Bildern sagen wir Tschüss, Asta, Manjana. Bis zum nächsten Mal.